wo es eine abendroutine gibt gibt es natürlich auch eine morgenroutine die den fokus auf den sonnenschutz legt und bevor ich jetzt lange ins quatschen kommen wir legen einfach los nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und wir sprechen hier auch über skincare über reizfreie skincare nach möglichkeiten vegan tierversuchsfrei na also das muss schon auf jeden fall sein ich bin veganerin ohne mikroplastik und reizfrei ist ganz wichtig das habe ich schon gesagt wir beziehen uns hier so auf gute skincare nicht auf irgendwas weil wenn man in drogerie markt geht er steht voll von oben bis unten nein wir beziehen uns auf die richtig guten sachen auf die tollen inhaltsstoffe und lasst uns nicht lange schnacken und wir liegen los mit der reinigung und das ist ein produkt das habe ich vor kurzem vorgestellt das kann ich die gerne mal verlinken dass der peeling kleinser von maria den finde ich sehr gut aber großes aber ich würde mir nicht nachkaufen weil ich einfach ich möchte weniger haben wieder im herzen bin ich halt schon eine minimalistin und mich belastet zu viel und ich habe einfach zu viel und ich möchte halt auch ein paar dinge auf brauchen und da ist ein öl was ihr auf brauchen möchte was für mich morgens und abends funktioniert aber das hier ist eine richtig gute sache mir reicht öl zum reinigen also mir reicht eine sache aber wer von der haut her merkt so morgens geht gar nicht weil die haut dann einfach viel zu sehr nachfettet oder so weil es ist auch so je nach hauttyp funktioniert die haut auch anders und ich höre das ganz oft dass man öl nicht richtig gut runter kriegt bei mir ist überhaupt kein problem überhaupt nicht morgens wie abends kein problem und für die leute ist dann sowas natürlich nicht schlecht der ist nicht zu vergleichen mit dem von no dessen bisschen schwächer finde ich und nichtsdestotrotz frage ich den auf dass sie ein bisschen ein wirken und dann kommt die ganze sache auch direkt wieder runter ich finde er trocknet nicht aus also ich habe jetzt nicht wie beim no cleanser probiert man wirklich eine stunde lang nur mit gewaschen haut wenn ich einfach mal gucken möchte so welche spannung entsteht denn für mich ist das wichtig wenn ich meine haut reinige dass da auch eine pflege nachkommt welche spielt ja keine rolle aber da muss eine pflege kommen und das habe ich nicht probiert bin ich ehrlich aber ich finde den definitiv nicht ganz so heftig und er hat die haare hat von vier bis fünf ist natürlich jetzt nicht so krass bierend und produkte die man vom gesicht runter wäscht sind eh nicht so aggressiv wer so was verwendet muss auf jeden fall sonnenschutz tragen zu dem kommen wir am ende kommen wir zu dem teilchen hier noch nicht vorgestellt das ist eine richtig tolle sache besonders wenn du so ein bisschen leicht gereizt der haus und ich habe gerade wieder leicht gereizt der haut ist von islamide noch zum urea serum habe ich nie probiert es ist ein kabo mir drin vorher war mikroplastik also ein kunststoff drin kabo mehr das ist auch so ein schwieriger stoff der schwer abbaubar ist ich achte ja mal auf solche sachen hier hast du keine duftstoffe ich hast nichts was irgendwie reizt na es berückt so so gut und drückt auch meine haut dass du nicht ganz geschickt wenn du also ich verwende jetzt gerade wieder mineral make up und das braucht immer so eine feuchte unterlage wenn du zum beispiel mittags die schwingst also die reinigung und die pflege ein bisschen her ist dann hast du meistens nichts mehr auf dem gesicht und da trage ich das ganz gern nochmals auf aber nicht falsch verstehen ans ende der routine gehört immer der sonnenschutz immer 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 komme was da wollen und das ist ein super guter pflegender zusatz gerade wenn du so ein bisschen merkt so eine hautes bisschen so tickt so ein bisschen aus wegen zyklus hormone und so weiter weil das bei mir gerade im moment auch wieder so da ist es eine gute sache und das verwende ich immer wieder gerne und ich kann mir echt vorstellen da sogar wieder zu kaufen was gibt es für einen kleinen preis dieses zeug hier ist der burner das ist das vitamin c teramid es macht irgendwas mit meinen poren ich habe hier so eine stelle und ich habe hier so eine stelle und das verfeinert die poren irgendwie ich habe das schon ewig dass ich so weiß sieht aus wie mit es ist aber weiß naja und kannst du halt aus ausdrücken hautfett und so weiter und die werden dadurch weniger und kleiner vor allem das ist wahnsinn da haben zwei hautärzte schon dran rumgemacht dass sie mir dann selbchen verschrieben haben war nicht so wirklich funktioniert hat und das zeug hier ist einfach als ich verwende es noch nicht lang genug um das wirklich in den höchsten tönen zu loben deswegen sage ich es macht irgendwas mit meinen poren muss noch herausfinden was das mit meinen poren macht keine ahnung aber es ist halt echt mega gut kostet halt auch 33 euro na also das ist halt dann schon ein bisschen teurer aber wir kennen das ja beispielsweise von den fest der sachen die sind halt auch teurer wenn ein großer freund davon wenn die pflege nicht ganz so viel kostet und man sich vielleicht so ein gut einbaut in die routine und das ist das sogenannte gut die ab und zu darf man sich ja mal was leisten das macht wirklich was also ich werde noch die nächsten wochen über beobachten um euch dann wirklich zu berichten macht es was macht es auch viel mit meiner haut grob sagt man so vier wochen bis die haut sich so direkt umgestellt hat also ich bin schon sehr halb muss man sagen aber einfach nur weil so so was habe ich noch nicht erlebt egal was ich auf die haut gemacht habe diese diese weißen flecken na also dieses diese poren gefüllt mit hautfett sozusagen sie siehst du halt dann auch von außen wird auch der hautarzt immer gesehen die wurden von nichts tangiert die habe ich auf der nase die habe ich wissen wie million sind aber keine million die mich hier nimmt backen nämlich da nicht da also überall habe ich das und sagt dass hier nehme lang nicht so schlimm lange nicht so schlimm wirklich war und ich bin gespannt wo es noch hinläuft damit die creme will ich auf jeden fall noch vorstellen weil sie kann einfach falsch verstanden werden zum einen es wahnsinnig viel niacinamid drin was empfindliche haut reizen kann also meine haut verträgt recht viel aber ich merke schon auch wenn ich beispielsweise so rote stellen im gesicht habe also zum teil sogar offener stellen das mit das brennt ja da bringt mir aber auch das niacinamid von von leon brennt mir auch da das ist noch stärker konzentriert was total unverständlich ist man jetzt muss nicht so stark sein wir sind aber zehn prozent drin damit machen sie auch noch wärmung dieses höher besser weiter ist nicht ganz so toll also grad mit actives in der routine denkt nicht die haut wird sich schon daran gewöhnen sondern du musst diese sachen einschleichen geht nicht anders wenn deine haut reagiert wenn sie stark reagiert dann musst du es einschleichen vielleicht auch versuchen zu verdünnen bei mir funktioniert das bei mir funktioniert auch die zusammensetzung von der creme ganz gut also ich habe da nicht das gefühl irgendwie so wie so ein spiegel auf der haut zu haben oder so das funktioniert bei mir weniger 1 die zieht auch weniger 1 weg also da ist nix auf der haut im nachhinein und warum packt man dann lichtschutzfaktor 30 rein du kannst den gesichtscreme niemals so auftragen wie ein sonnenschutz das geht gar nicht ich soll jetzt da zwei gramm von auftragen damit ich lichtschutzfaktor 30 ja zumal uva uvw strahlung wenn wir wissen das jetzt inzwischen schon ganz gut lichtschutzfaktor in sommer tagescreme kann vielleicht eine unterstützung sein für den eigentlichen sonnenschutz aber das ist nie im sonnenschutz also das nie als sonnenschutz sehen und ich trage das hat so ein bisschen auf weil ich nie als dynamit als stoff hat für mich funktionieren jetzt damit einfach wunderbar gerade gepaart mit säuren mit aha funktioniert bei mir unwahrscheinlich gut und deswegen ist das hier auch so eine gute kombi für mich weil das tut hat mein poren ganz gut und die creme funktioniert auch echt gut da kann ich auch locker im nachhinein dann das wichtigste an der routine am morgen auftragen nämlich den sonnenschutz und zudem kommen wir jetzt letztes produkt sonnenschutz und liebes visantin diese verpackung in hellblau perfekt geraten finde ich so ich habe die jetzt schon eine weile und merkt so dieses hellblau wird immer gelblicher und schön sieht es natürlich nicht aus absolut nicht also hellblau hat immer so ein bisschen so ein charakter das so helle farben gelblich werden könnten und das wird gelblich denke ich mir jedes mal so wenn nicht in die hand nehmen so das verstehe aber nicht echt warst du nicht mal so gerade bei so instagram marken und wie sein ist so eine instagram magie die achten ja meistens dann schon auf verpackung aber jetzt mal auf den inhalt vieles nicht mehr drin ich versuche die karte leer zu machen durch das dass das ein produkt aus dem letzten jahr erst achtet bitte bei sowas wenn darauf der marik hat vor kurzem in einem video mit der marie gesagt was das nicht mehr was man zwar du kannst solche produkte schon noch verwenden aber nicht mit in die pralle sonne geht weil filmbildner in der regel innerhalb von einem jahr nicht mehr so funktionieren sie gehen nicht komplett kaputt aber sie funktionieren nicht mehr so und deswegen ist das für mich auch ein produkt wenn ich eher drin bin aber es wäre eher ein perfektes produkt wenn das frisch wäre für den hochsommer wenn du jetzt in den urlaub gehst und merkst du brauchst eine sonnencreme fürs gesicht da ist das die beste wahl weil die haben einen recht guten uva schutz also hautalterung und so und dann hat man auch noch die 50 was der anders schlecht ist man hat ein produkt ohne duftstoffe ich finde das aber ein bisschen speckiger als diese große creme mit duftstoffen die es als erstes gab dann finde ich ein bisschen speckiger hier ich kaufe nach aber eher in richtung winter wieder was ich nicht verstehe ist diese ganzen drogerie marken müssten ja eigentlich wissen dass gerade die gesichtscreens gerade auch im winter gekauft werden nein rossmann nimmt zum teil die gesichtscreens aus dem sortiment raus die sonnencremes natürlich nicht gut und wenn man bei dm guckt ist genau das gleiche so die sachen die so aufs gesicht konzipiert sind die sind zum teil einfach da aus dem sortiment weg man braucht diese cremes sommer wie winters wir sind jetzt inzwischen ein bisschen schlauer und das gibt es das ganze jahr das gibt es beim müller und standard sortiment man kann es auch bestellen und ich würde es mir gegen winter wiederholen weil es ein gutes produkt ist allerdings ein bisschen so speckiger also nicht wirklich speckig aber es ist schon so man hat schon so eine schicht auf der haut und wenn man damit probleme hat dann sollte man die creme nicht verwenden das auf keinen fall aber ich finde sie sehr verträglich ich finde sie sehr gut hier hat sehr gute sehr gute filter drin und wie gesagt wird von mir in richtung winter wieder gekauft davon bitte genügend auftragen ich messe es auch nicht ab aber wir sind ein bis drei gramm zum teil ich messe es nicht ab ich gehe nicht mit der waage her ich habe ein schlechtes augenmaß aber ich versuche schon relativ viel davon aufzutragen das das hat wirklich reicht und deswegen verwende ich eben lichtschutzfaktor 50 für diejenigen von euch die das nicht wissen dass wenn du weniger aufträgst weil du irgendwie nicht so genau wirst dass du hat einfach vernünftig geschützt wirst und wenn du so ein produkt mit einem guten ufa spektrum hast dann ist es einfach eine richtig tolle sache und dann hast du so eine gewisse form von sicherheit also hier noch mal wer säuren verwendet muss auf jeden fall sonnenschutz tragen du guckst mal unter dem e da findest du meine abendroutine da findest du aber auch alle produkte die ich bis jetzt vorgestellt habe und das ist glaube ich in dem fall das waschgehe wohl war es sind hauptsächlich neue produkte ich natürlich auch solche routine videos und eben auch mal produkte zu zeigen um auch routinen zu zeigen wie man das einsetzt da wäre ich auch hin und wieder gefragt ist dann immer von flüssig zu fest als letztes bei der morgen routine bitte den der sonnenschutz das muss als allerletztes sein in diesem sinne melde ich mich mal wieder ab bedankt mich bei dir fürs einschalten gibt diesem video gerne einen daumen nach oben unterstützt und wir sehen uns in den kommentaren wieder ich sag danke fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss